in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz easy multiplayer schnell eure waffen leveln könnt leute doch eine kleine info vorab ich habe die letzten tage ein stream gestartet und habe bei zombies leuten im stream dann die wunderwaffe raygumbauplan gedroppt für die ganzen leute die das noch nicht hatten gefarmt haben aber nicht bekommen haben haben es dann kostenlos durch mich bekommen und falls ihr lust habt dass ich wieder so ein stream starte leute dann sorgt dafür dass dieses video 40 likes hat und ich werde wieder so ein stream starten wo ich kostenlos die baupläne droppe kommen wir nun zum eigentlichen video hierzu nimmt ihr erstmal die technikerweste mit weil durch die könnt ihr mehrere taktikgranate mitnehmen und als taktikgranate rüsten wir die täuschgranate aus diese bietet sich sehr gut an da wir gerade dieses rust map modus haben und die map extrem klein ist ihr müsst einfach immer wenn ihr spawnt eure täuschgranaten drum werfen und immer wenn jemand neben eurer täuschgranate gekillt wird kriegt ihr xp dafür also quasi so gut wie bei jedem kill weil die map halt extrem klein ist und so könnt ihr dann halt easy eure waffen leveln und können sogar noch nebenbei tarnungen für eure waffen freischalten das war es dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like und ein kostenloses abo damit ihr immer auf den neuesten stand bleibt und in zukunft nichts mehr verpasst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao